Du hast die Macht. Ägypten braucht Freiheit von allen diktatorischen Herrschaften. Ich möchte jemanden, die Ägypten regeln, die Islamisten, die Jewischen, die Nationalität, die Religion, die Race, die Ägypten regeln. Ich bin dafür, dass jemand wie Hamdine Sabahhi kommt, der von vornherein auf dem Tahrirplatz war und genau weiß, worum es in der Revolution ging. Ich glaube nicht, dass niemand in Ägypten jetzt regeln könnte, denn alle sind Teil des alten Regimes. Das ist einfach ein Präsidentschaftsrat. So eine Gruppe an Leuten, rational miteinander diskutieren und auch meinetwegen die Muslimbrüder da vertreten sein können, aber halt nicht die Macht nur an sich zerren. Wer jetzt kommt, eigentlich muss auch das Volk selber entscheiden, egal wer kommt eigentlich. Für uns ist es egal. Hauptsache, dass jemand richtig Demokratie versteht und weiß, was Freiheit ist. Wir suchen jetzt einen neuen Präsidenten. Musik Wir suchen eine der